hallo mehr schweinchen mehr schweinchen mehr schweinchen mehr schweinchen ok wen haben wir denn hier chiara nala bist du wieder am käfig gitter kauen was ist los habt ihr heute noch nicht gefrühstückt nala so hier ja kommen wir erst mal kriegen die hier jetzt weg ein kleiner snack ach komm mal her hier 1 2 3 4 5 erstmal die klappe halten hier so neun jahre mehr schweinchen gehege wie sieht es hier oben aus hier gehen sie im moment irgendwie nicht hoch obwohl das da technisch möglich wäre aber ich habe das versäumt die irgendwie beizubringen äh ja ja so dieser gehegeteil hat das hier oben natürlich nicht aber das hier ist jetzt heute vor neun jahren gebaut worden ok januar ist schon mal aufgeschlagen dann genau jetzt sind sie hier alle irgendwo und ja es muss natürlich noch sauber gemacht werden das wird jetzt danach gemacht hier geht die eine treppe hoch naja da oben haben sie auch schon wieder spinnweben verfangen und die treppe ist natürlich verbarrikadiert weil hier oben die weibchen etage ist hier ist eine chiara und sonst wer anton nächster gang ach nimmt alles weg hier carino so hey banana abby und ihre u-groß-mutter hier na ja bisschen salat so ansonsten steht das gehege noch manchmal ist es hier ein bisschen schwierig tatsächlich wenn sich holz verzieht das handy stellt gerade nicht richtig scharf aber man sieht es dass manchmal sich da so ein bisschen was verzogen hat hier unten ist auch irgendwie eine ritze mit zeitungspapier gestopft na gut aber ansonsten ist es gut anton frisst sein heu und dann tschüss bis zum nächsten video hey komm mal raus komm mal raus zeig dich mal jo alles gut ältester sohn von nala